Ich darf unser Publikum begrüßen zu Rainer Weinde im politischen Podcast aus Wien. Ich habe heute das große Vergnügen, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Dr. Helmut Brandstetter, Nationalratsabgeordneter, Buchautor und ich möchte mit einem von ihm in seiner Rede zitierten Satz beginnen. Und zwar, er lag unter einem Baum und ihm fiel ein Apfel auf die Birne. Isaac Newton. Und es steht in unserer Verfassung, dass die Wissenschaft frei ist, aber bei uns ist sie frei von Visionen. Helmut, ich freue mich, dass du da bist. Helmut, ich freue mich, dass du für unseren politischen Podcast dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Aber ich möchte zur Zukunft kommen. Und da ist mir eine Art Akdote aus der Vergangenheit eingefallen. Er lag unter einem Baum und es fiel ihm ein Apfel auf die Birne. Sie wissen, von wem die Rede ist, Isaac Newton. Und natürlich war er um 1660, glaube ich. Und natürlich ist es nicht jedem gegeben, aus einem persönlichen Erlebnis eine wissenschaftliche Theorie zu entwickeln. Isaac Newton hat das getan. Und natürlich alles, was wir über Mechanik wissen und die Anziehungskraft der Erde, haben er und andere Forscherinnen und Forscher nachher entwickelt. Und weil, wie gesagt, nicht jeder gleich ein Genie ist, müssen wir Wissenschaft und Forschung, vor allem auch die Forschung, die dann angewandt wird, schon bewusst fördern. Und das ist ein Problem dieses Budgets, dass vier Euro in die Vergangenheit investiert werden und nur einer in die Zukunft. Und das merken wir gerade in diesem Bereich. Und ich möchte zwei Themen besonders herausnehmen. Das eine ist die ESA, die European Space Agency und das zweite dann künstliche Intelligenz. Wir haben, und das ist das Positiv in diesem Budget, das Budget der ESA auf 67 Milliarden, Millionen Euro erhöht. Das klingt zunächst einmal gut, aber vorher haben wir ein Jahr lang gar nichts gemacht. Und Faktum ist, ESA ist wirklich Zukunft, weil die Raumfahrt wird auch mit dazu entscheiden, wer künftig im Weltall dominiert und wer dort entscheidet. Und Faktum ist, dass wir da nach wie vor zu wenig investieren. Wir sind bestenfalls im Mittelfeld deutlich unter der Schweiz, die haben 3,6 Prozent. Wir haben nur ein Prozent. In der ESA, Belgien hat gar fünf Prozent. Und wir wissen, dass das Geld, das wir in die ESA investieren, ein Großteil zurückkommt in österreichische Unternehmen. Und deswegen ist es ein Problem, dass wir nach wie vor so wenig Geld dort ausgeben. Und wir haben ein hervorragendes Gespräch mit Josef Aschbacher, dem Österreicher, dem Tiroler, der Chef der ESA ist einmal gehabt, wo er uns sehr deutlich erklärt hat, warum es wichtig wäre, dass wir dort mehr investieren würden. Es geht um Wissenschaft. Es geht um Technologie. Das war jetzt gerade deine Rede im Parlament. Es fehlen viele Millionen. Wir sind mit einem Prozent Budget in der ESA beteiligt. In der Schweiz haben wir 3,6 Prozent. Also die Schweizer dürften da einen weiseren Blick in die Zukunft haben. Wie stehst du zum Thema Künstliche Intelligenz? Also da kommen jetzt viele Sachen zusammen. Aber als ich in die Nationalrat gekommen bin, habe ich zu Beate Mein-Reisinger gesagt, das sind zwei Sachen, die mich besonders interessieren. Das ist Außenpolitik. Und das ist alles rund um Wissenschaft und Forschung. Erstens, weil es mich fasziniert. Und zweitens, weil man auch viele interessante Menschen dabei trifft. Und das hat sich auch bestätigt. Wobei bei der Außenpolitik, muss ich sagen, das hat dadurch, dass ich auch noch der Obmann der Freundschaftsgesellschaft mit der Ukraine bin, dann auch eine tragische Wendung genommen. Weil das, was sich in der Ukraine abspielt, schrecklich ist. Vielleicht reden wir über das noch. Über das Thema Ukraine müssen wir auf jeden Fall ausführlich reden. Also Wissenschaft und Forschung. Ich habe selber nur Jus studiert, aber ich war immer von Forscherin. Jus ist ein sehr hartes Studium. War nicht so. Sitzfleisch. Sitzfleisch, ja. Und Lernen natürlich. Aber schon auch ein bisschen mitdenken. Aber es war auch zu meiner Zeit historisch sehr interessant, wie sich das Recht entwickelt hat. Das haben wir alles gelernt. Aber ich war immer fasziniert, vor allem von Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen, die in so einem Labor sitzen und wirklich an einem Thema jahrelang arbeiten können und dann aber wirklich was rausfinden. Und das Glück vom Isaac Newton hat natürlich nicht jemand, dass ihm ein Apfel auf den Kopf, auf die Birne, auf den Kopf fällt. Und der hat dann darüber gegrübelt und ist dann drauf gekommen. Also das hat was mit Schwerkraft zu tun. Und so ist das ganze System, der Mechaniker, ist eben er und andere Physikerinnen und Physiker haben das natürlich dann entwickelt. Aber das ist natürlich für uns nach wie vor wichtig und natürlich auch für die künstliche Intelligenz. Und auch da bin ich ja nur ein Laie. Aber rede mit Menschen und schau und lese und schau, was sich da entwickelt. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir sehr bald in eine Zeit kommen, wo Dinge für uns entschieden werden von einem Computer und wir das nicht beeinflussen können. Wir müssen uns darauf einstellen, dass natürlich, und das ist ja jetzt schon so, etwa bei der Bildgebung im medizinischen Bereich, die Computer mehr wissen. Aber sie werden dann auch was die Therapie betrifft mehr wissen und Ärztinnen und Ärzte werden das lernen müssen, bis hin zum Autofahren, wo wir uns daran werden gewöhnen müssen, dass wir nicht eingreifen. Und die Intelligenz ganz sicherlich weniger emotional ist, als das heute der Autofahrer ist. Und das sind ja nur einige wenige Bereiche. Ich glaube, dass alle Bereiche des Lebens davon betroffen sein werden. Und mein Appell ist nur, beschäftigen wir uns damit und eben auch mit ESA, mit dem Weltraum. Weil auch der Weltraum wird aufgeteilt und wir Europäer machen mit oder machen nicht mit. Da gibt es nur mitmachen. Und dazu kommt, was wir in die ESA einzahlen, bekommen wir großteils für unsere Unternehmen zurück. Das heißt, da haben wir auch wieder hervorragende Unternehmen, die was können. Und so wird dann ein Bild daraus. Und ich fürchte wirklich eben, dass unsere zuständigen Ministerinnen und Minister diese große Vision nicht haben. Auch die Begeisterung, die ich bei den Wissenschaftlerinnen spüre und die ich selber auch habe, weil ich weiß, dass es unsere Zukunft ist. Es ist eine Freude. Mir ist als kleiner Buhar-Opfel am Bauernhof am Kopf gefallen. Ich habe nichts draus gemacht. Aber du hast schon gewusst, dass es die Schwerkraft gibt. Es ist die Schwerkraft, genau. Ich bin dann sozusagen ausgewichen. Die künstliche Intelligenz, die gibt es ja so. Wir sind ja damit bereits konfrontiert, wenn du zum Beispiel jetzt im Facebook die Algorithmen, die genau wissen, weil wir ihnen die Daten alle zur Verfügung stellst, genau wissen, wo deine Hobbys sind. Sie bereiten auch das besondere Werbeportfolio für dich vor. Und du kriegst die Mails genau von der Seite, die du haben möchtest. Also es ist ja bereits soweit. Und da sind wir bei den Daten. Und da gibt es ja das andere Buch, das Kai-Fu Lee geschrieben hat, schon vor drei Jahren, glaube ich. Silicon Valley vs. China. Und da ist Europa kommt auf einer Seite vor, nicht mehr. Du hast heute ein Buch auch vom Kai-Fu Lee 2041 vorgestellt. Ja, das ist das Neue, das er geschrieben hat, gemeinsam mit einem chinesischen Science-Fiction-Auto, den er bei Google kennengelernt hat. Es sind ja viele Chinesen, gerade auch bei diesen großen amerikanischen Datenunternehmen wie Google. Und der Kai-Fu Lee, hat eben vor drei Jahren schon ein Buch geschrieben, das heißt Silicon Valley vs. China. Und da geht es darum, dass er erklärt, also Europa kommt auf einer Seite vor, wir spielen nicht mit, aber die Chinesen sind sehr stark und die Amerikaner. Und in einem Satz zusammengefasst, wer wird gewinnen? Seine These, China, warum? Weil Künstliche Intelligenz letztlich eine Frage des Umfangs an Daten sein wird. Wer mehr Daten hat und diese besser auswertet, der wird im Bereich Künstliche Intelligenz stärker sein. Da sind wir natürlich beim Thema Datenschutz. Das Wort, glaube ich, gibt es auf Chinesisch gar nicht. Und da sind sie uns überlegen. Und da geht es jetzt dann auch um die Frage des fairen Wettbewerbs. Und über das habe ich auch schon diese Woche gesprochen im Parlament. Wir müssen auch den Chinesen sagen, wenn wir gemeinsam Handel treiben, muss es einen fairen Wettbewerb geben. Und meine Befürchtung ist, dass Xi Jinping das etwas anders sieht. Er sieht sich ja in der Tradition der chinesischen Kaiser, wo man am Hof zugelassen wurde und die Chinesen die Regeln bestimmt haben und sehr lange erfolgreich auch. Und dann gab es eben, also nach dem Opiumkrieg und natürlich dann auch in der kommunistischen Zeit einen Abfall. Aber seitdem Xi Jinping sind die Chinesen durchaus aufholen und sind natürlich im Moment schon eine Wirtschaftsmacht, aber sie werden noch stärker werden. Das heißt aber für mich übersetzt, dass sich autoritäre Systeme in dem Fall leichter tun. Ja. Weil der einfach bestimmt und da kann er widersprechen, weil sie wissen, wer da demonstriert auf der Straße wird eingestellt. Also was Daten betrifft, sind sie auf jeden Fall überlegen. Das andere ist, und über das kann man nachdenken, Fantasie entwickelt man eher in der Freiheit, als wenn man weiß, dass man gewisse Sachen nicht sagen darf. Das haben wir in der Covid-Krise erlebt, wo ja chinesische Ärzte das Virus schon erkannt haben, aber nicht darüber sprechen durften. Und damit sind die eigentlich dann zurückgefallen. Die Chinesen können schneller sein, wenn sie ihre Forscher hätten arbeiten lassen. Das heißt, das autoritäre System bremst auch die Forscher. So und jetzt ist die Frage, also das bremst, das ist unbestritten, aber bei den Daten sind sie uns überlegen. Die Frage ist, was wird letztlich wichtiger sein? Was wird wichtiger sein? Freiheit oder Autorität oder Diktatur? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es nicht nur wichtig ist, sondern dass es die Grundlage unseres Zusammenlebens ist. Und für mich ist das, und deswegen bin ich auch so ein begeisterter Europäer, wir haben mich auch mit der Geschichte Europas beschäftigt und die Geschichte Europas ist eine Geschichte von Kriegen. Und zwar zurückgehend tausende Jahre zurück. Ja, also das hat man ja, hat man Funde vor drei, viertausend Jahren vor Christus schon, hat man gefunden, wo man eingeschlagene Schädel gefunden hat. Übrigens auch abgeknabberte Knochen. Ja, ist auch das Thema, hat auch eine Rolle gespielt, dass die dann sich gegenseitig, also zumindest Leichen aufgegessen haben. So viel dazu. Und jedenfalls die Geschichte Europas, ein Krieg nach dem anderen. Der französische Staatspräsident Mitterrand hat in seiner letzten Rede gesagt, erstens hat er gesagt, Le Nationalisme c'est la guerre, ja, also aus dem Nationalismus entsteht Krieg. Und dann hat er gesagt, Frankreich hat in seiner Geschichte mit allen europäischen Ländern Kriege geführt. Also mit Österreich sowieso. Und mit vielen anderen auch. Und er gesagt, nur mit einem nicht, mit Dänemark. Und ich weiß bis heute nicht warum. Und haben dann alle gelacht, ja. Aber das ist die, und das kannst du für jedes europäische Land sagen. Jedes europäische Land hat so gut wie mit jedem Krieg geführt. Und seit 1945, wir in Westeuropa jedenfalls nicht mehr, sondern diese europäische Gemeinschaft wird Kriege verhindern. Wir konnten es nicht am Balkan verhindern. Das war der Zerfall von Jugoslawien. Und wir können es im Moment leider auch nicht verhindern. Aber dort, wo die europäische Gemeinschaft, die Europäische Union sich durchgesetzt hat, dort wird es keinen Krieg mehr geben. Und das ist das Größte, was wir über diese EU sagen können. Jetzt, deine biografischen Daten muss ich als angenommen erwähnen. Das kann man auch im Internet nachlesen. Deswegen lassen wir dieses Thema weg. Aufgrund illegaler Kriege, auch der jetzt in der Ukraine gerade stattfindet. Vor zwei Tagen war eine unglaubliche Angstschür-Situation in Polen mit einer Rakete, die dort gelandet ist, wo dann die Militärs ganz klar festgestellt haben, die Reichweite dieser Rakete ist 200 Kilometer. Es kann niemals von Russland gekommen sein. Trotzdem versuchen die Mainstream-Medien, das ist gerade die Bild-Zeitung auch, das muss ich jetzt erwähnen, auf ein Kriegsszenario zu setzen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Nur um die Zeitungsauflage zu erhöhen. Und das ist ein gefährliches Spiel. Weil das kann auch kippen. Wie wir auch in der Geschichte schon öfters gesehen haben. Das stimmt schon. Also zu Polen noch einmal. Egal, was Medien wollen oder nicht oder auch Politiker wollen oder nicht. Allein aufgrund der Fakten ist die Wahrheit herausgekommen. Also daran sieht man, irgendwie funktioniert unser politisches System, funktionieren auch die Medien. Egal, was jemand schreibt. Es ist klar, dass es eben eine Abwehrrakete war. Warum? Das wird jetzt herauszufinden sein. Das muss ja eine Form von Unfallgefäßen sein. Das ist das eine. Das zweite ist, was die Bild-Zeitung betrifft. Ich kenne den Paul Ronzheimer. Das ist der Korrespondent, Reporter, der in der Ukraine ist. Der ist so wie der Wehrschitz auch? Ja, so. Und ich war selber auch vor dem Krieg und dann während des Krieges in der Ukraine. Und wenn du dann durch Irpin und Parodyanka gehst, wenn du die zerstörten Städte siehst und nicht nur die Häuser, auch die zerstörten Spitäler, nicht nur die zerstörten Hochhäuser, sondern auch kleine Einfamilienhäuser, Gartenhäuser, die also von Panzermunition zerstört wurden, da wird man emotional. Und jetzt ist natürlich der Job des Journalisten wahrheitsgemäß und faktengemäß zu berichten. Aber ich möchte ihn insofern entschuldigen, wenn man so will, dass der manchmal dann auch emotional wird, wenn er auch sehr viel natürlich mit den Menschen redet, die extrem emotional sind. Stellen wir uns vor, wir würden vergleichsweise angegriffen werden. Dann habe ich ein bisschen Verständnis. Das verändert nichts daran, dass der Job des Journalisten ist, Fakten zu berichten. Das ist auch für mich ein Job, den ich zwar nachvollziehen kann, zum Beispiel von Christian Werschitz, der seine Familie als Dreiviertel des Jahres nicht sieht, der dauernd in diesen Kriegsgebieten, auch das ist ja gefährlich, jetzt war er unlängst in seinem Hotel getroffen von einer Granate. Also das sind ja alles emotionale und auch menschliche Stresssituationen. Schwierig. Finde ich einen unglaublich schwierigen Beruf. Schwierig. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist als Familienvater diesen Beruf zu wählen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin selber Soldat, ich bin selber Offizier beim österreichischen Militär und habe diese Ausbildung gemacht, ich weiß um was es geht. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist das journalistische, diese Nähe, diese Nähe zum Krieg. Und da gibt es ja unterschiedliche Motivationen. Der eine ist ein Suizidsuchender, also der diese Gefahr so weit sucht, dass er sie wirklich sucht, dass er stirbt darin. Das macht mir der Christian Wehrschütz nicht den Eindruck, der dürfte es ganz gut im Griff haben. Mit der Lebensfrage, ja. Spricht er gute Sprachen und ist seine Kommunikation auch gut. Und du hast auch Berührung mit der Ukraine, weil du ja in diesem Zusammenhang auch als Obmann tätig bist. Wie schaut da deine Tätigkeit aus? Es sieht so aus, dass ich sehr viel Kontakt hier mit dem Botschafter habe und natürlich auch mit unserer Botschafter in Kiew, dass wir versuchen zu helfen, wo es geht. Es ist klar, dass Österreich als neutrales Land keine Waffen schickt, aber als wir unseren Besuch gemacht haben im Juni dieses Jahres, haben wir vorher sowohl mit den Apothekern ohne Grenzen gesprochen, die mit uns gleichzeitig sehr viele Medikamente mitgebracht haben. Und wir haben einen Arzt der Ärztekammer mitgehabt, also einen Mitglied des Vorstands, der sich spätestens angeschaut hat, was die brauchen. Und jetzt bin ich gerade dabei zu organisieren, dass wir mehr Hilfsgüter noch hinbekommen. Dasselbe gilt, weil im Moment gerade die Infrastruktur der Elektrizität zerstört wird. Dass ich auch gebeten habe bei österreichischen Elektrizitätsunternehmen, wo könnt ihr Aggregate schicken. Das wäre im Moment wesentlich. Unser Botschafter hat mir gesagt, wir sollten das nächste Mal auch Waisenhäuser besuchen. Es gibt leider inzwischen natürlich auch Kinder, wo beide Eltern tot sind. Der Vater im Krieg gefallen ist, die Mutter vielleicht ausgepombt wurde. Und wir sollen Süßigkeiten mitbringen. Schokolade? Damals in Sibirien haben sie sich gefreut über die Sacha dort in einer Schachtel. Jetzt versuchen wir da Dinge aufzutreiben und mitzunehmen. Und natürlich auch, soweit es ist ein ernstes Thema, weil es die Stimmung für Vertriebene auch hier betrifft. Da bin ich also auch mit Leuten im Gespräch, wo man sagt, das soll nicht kippen. Weil die Menschen wollen ja so schnell wie möglich nach Hause. Wir waren übrigens auch in der Republik Moldau, wo ungefähr gleich viel, das ist ein sehr kleines und armes Land. Und es sind ungefähr gleich viele Vertriebene dort, um die 70.000, wie hier bei uns in Österreich. Die aber dort den Vorteil haben, dass ja in Moldau auch Russisch gesprochen wird und sie Russisch sprechen. Und es näher natürlich wieder nach Hause ist. Und ich habe mit einigen gesprochen und gesagt, die wollen nicht weg von dort. Auch wenn sie wüssten, dass es vielleicht in Österreich gemütlicher wäre. Dass vielleicht besser aufgehoben werden. Sie wollen so schnell wie möglich wieder nach Hause. Und das geht natürlich erst, wenn der Krieg zu Ende ist. Eine Freundin von mir, die habe ich kennengelernt, die ist aus Odessa. Und ihre Eltern sind in Odessa, sie ist hier. Und sie möchte ihre Eltern besuchen. Besuchen, was schwierig ist. Wirklich schwierig, weil es ist ja Kriegsgebiet. Obwohl jetzt die Waffen schweigen. Aus Kherson ist jetzt Russland abgezogen mit 20.000 Mann. Haben natürlich dort alles vermint. Über die Dnepr rüber auf die andere Seite des Flusses. Daraus entsteht natürlich der erste Nachteileindruck für Putin eine Niederlage. Aber militärisch ist es ein Gewinn. Weil es gibt einen Staudamm, der in eine Gefahr zur Überschwemmung dieses ganzen Gebietes geplant ist. Und das betrifft jetzt die Ukrainer. Das Problem haben jetzt die Ukrainer, die da nachrücken. Die haben erstens das Problem der verminten Situation dort. Und haben das Problem der Gefahr von diesem Staudamm. Also das ist alles... Das ist ganz schwierig. Andererseits hat Putin ja erklärt, also die Annexion. Er hat gesagt, das ist jetzt russisches Gebiet. Und jetzt muss er seiner Bevölkerung wieder erklären, warum er russisches Gebiet verlässt. Also das habe ich in dem Zusammenhang nicht verstanden. Und die Frage ist nur, wo ist der Punkt, wo er auch einsieht, dass er verhandeln muss. Und verhandeln kann nicht sein, dass man sagt, ich nehme euch so und so viel weg. Sondern die Frage wird sein, wie kann die Ukraine ihr Territorium wiederherstellen. Und das haben aber auch wir nicht zu beeinflussen. Also ich glaube schon, die Ukraine ist überfallen worden. Und letztlich muss die ukrainische Bevölkerung sagen, wäre sie bereit, ein Stück herzugeben oder nicht. Wir können sie nicht dazu zwingen. Ja, das kriege ich auch so gut gemeinte Ratschläge. Die soll ich nicht sagen, eh alles in Ordnung. Naja, wenn irgendwann die jugoslawische Armee in Kärnten eingefallen wäre, wo es ja bekanntlich Gebiete gibt, wo Slowenen leben und wo der Staatsvertrag bekanntlich auch nicht erfüllt wurde, bis in die 90er, 2000er Jahre hinein. Was hätten wir gesagt? Dann ist halt ein Stück Kärnten weg. Oder hätten wir uns gewehrt? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher schon. Ich bin ja Kärntner, also ich hätte mich gewehrt. Ich hätte die Kärnten gewehrt. Warum? Und das darf man auch nie vergessen. 1994 hat Russland im Budapestermemorandum die Grenzen garantiert. Und haben wir dafür alle Atomwaffen bekommen. Umgekehrt möchte ich mir das gar nicht vorstellen, dass heute noch in der Ukraine Atomwaffen wären, weil dann würde ja die Sache noch einmal anders aussehen. Aber die Ukraine hat keine Atomwaffen, Russland hat Atomwaffen, hat aber dafür garantiert sichere Grenzen. Und Putin hat genau das nicht eingehalten. Es ist mir völlig klar, dass der Putin sich den Zugang zum Schwarzen Meer nicht nehmen lässt, weil er weiß, dass für sein eigenes Land das wirtschaftlich der Tod wäre. Er hat es gehabt nicht. Er hatte die Schwarzmeerflotte, hat er ja auf der Krim gehabt. Da gab es einen Vertrag bis 2000 irgendwann. Das heißt, den Zugang hatte er ja. Aber es war zu wenig. Und ich glaube schon, dass es einfach zwei Dinge sind. Das eine, die Ukraine bei allen Problemen, übrigens ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus den Gesprächen mit den Abgeordneten und auch Ministerinnen und Minister mitgenommen habe. Jeder Einzelne sagt, wir haben ein Korruptionsproblem. Jeder Einzelne sagt, wir wissen das. Wir wissen, dass wir das klären müssen, dass wir das verändern müssen, wenn wir in die Europäische Union hinein wollen. Dieses Eingeständnis halte ich für ganz wesentlich. Aber natürlich sagen sie, wir werden den Druck auch verwenden, damit wir eben Korruption beenden. Und da können Sie uns bitte auch helfen, auch kontrollieren dabei. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und die Ukraine wollte gleichzeitig eben aber auch durch stärkere Kontakte mit Europa den Lebensstandard heben. Und der Lebensstandard in Russland ist halt bescheiden. Ja, also die Zahl vergessen, die Boa Rubel, die ja seine Pensionistin dort bekommt. Wir kennen die Bilder vom Land. Die müssen auf dem Zug dorthin fahren, dass sie das Geld überhaupt bekommen. Und ein Stück weiter östlich von Moskau ist es dann besonders arm, plus all der Umweltprobleme, die es dort gibt. Und trotz dieser enormen Ressourcen, Öl, Gas, andere Rohstoffe, ist das Bruttoinlandsprodukt Russlands gerade mal das Doppelte der kleinen Schweiz. Also dieses riesige Land, das sich über neun Zeitzonen, glaube ich, erstreckt, erzeugt gerade doppelt so viel wie die kleine Schweiz. Daran sieht man, der Putin hat nichts zusammengebracht. Und wenn er wovor Angst hat, sonst glaube ich nicht die fremden Waffen, sondern vor einem erfolgreichen Nachbarland, so wie Polen natürlich heute auch anders aussieht, als es 1989 beim Fall der Mauer ausgesehen hat, hat er Angst, dass es noch ein Nachbarland gibt, wo den Menschen es besser geht als in Russland. Bei allen Problemen, und das darf man wirklich nicht darüber hinweg sein, die die Ukraine hat, wirtschaftliche Probleme, Korruptionsprobleme, politische Probleme, die gibt es. Aber sie sagen, sie reden zumindest darüber und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Fortschritt. Jetzt wird durch die Mainstream-Medien der Beginn des Krieges am 24.02.2022 publiziert, was aber natürlich nicht stimmt. Da müssen wir weit zurückgehen. Nicht nur 2014 Maidan, sondern 1989 hat begonnen, ein gewisser Herr Gorbatschow mit Kohl und Genscher und dem Herrn Außenminister Baker, 550.000 Soldaten aus der DDR abzuziehen und damit den Weg freizumachen für die Wiedervereinigung BRD DDR. Und das war praktisch die erste NATO-Osterweiterung, also die DDR. Und damals, es ist zwar schriftlich nicht verbrieft, aber es wurde versprochen vom Herrn Baker, not an inch, also nicht ein Zentimeter, wird sich die NATO nach Osten ausweiten. Jetzt haben wir 28 Länder plus, das sind jetzt schon dazu, von der Slowakei, also Polen, Estland, Lettland, Kroatien, Albanien. Also auf 28 kommen wir und jetzt kommt die Grenze. Ukraine ist genau die Grenze an Russland. Wenn wir uns erinnern an die Kubakrise, damals wollten ja die Russen Raketen stationieren in Kuba und dann sagt der Präsident damals, naja, das können wir nicht zulassen, was machen wir da? Und dann sagt er, das wäre ja genauso, wie wenn wir in der Türkei Raketen stationieren würden. Dann sagt der Berater, das haben wir gemacht. Also genau das Gleiche, was Amerika bereits gemacht hatte, haben sie in Kuba verboten. Und jetzt muss man natürlich auch als Putin-Versteher wissen, wenn ein Tier, ein wildes Tier in die Ecke gedrängt wird, dann greift es an, es muss angreifen. Jetzt ist erstens die Kuba Missile Crisis 60 Jahre zurück und da hat sich ja natürlich technisch sehr viel geändert. Und wir haben jetzt Interkontinentalraketen. Das heißt, die gegenseitige Zerstörungsmacht ist gegeben. Es ist ziemlich unwesentlich, ob eine Rakete in Kiew stationiert ist, ob sie in Amerika stationiert ist. Das heißt, die gegenseitige Bedrohung findet ohne Ende statt. Das ist das eine. Das zweite ist, und da bin ich ja Zeitzeuge, weil ich damals mit dem Kohl in Warschau war, als die Mauer gefallen ist. Damals warst du Berlin-Korrespondent, beziehungsweise verantwortlich. Bonn, Bonn. Entschuldigung. Und ich war mit dem Kohl sehr viel unterwegs bei Dienstreisen und in seiner Luftwaffenflugzeuge natürlich auch mitgenommen. Und es war ihm so, dass er selbst dann auch im Bundestag ja zunächst einmal nur einen Zehn-Punkte-Plan zu einer Konföderation vorgeschlagen hat. Er hat selbst ja nicht sofort daran gedacht, dass diese Wiedervereinigung möglich wird. Es ist dann aus mehreren Gesichtspunkten natürlich die Schwäche der Sowjetunion. Gorbatschow hat ja nichts entgegenzusetzen gehabt. Und auch das Geschick von Kohl, aber auch Bush und schließlich auch die Margaret Thatcher, die nicht so begeistert war von dem größeren, mächtigen Deutschland. Es hat alles dazu geführt, dass innerhalb eines Jahres diese Wiedervereinigung abgeschlossen war. Sehr schnell in Wirklichkeit. Was für alle überraschend schnell gelaufen ist. Und dann ist aber das nächste dazu gekommen, nämlich die Frage, wie entwickeln sich diese mittelosteuropäischen Staaten. Und die haben sich zu Demokratien entwickelt. Und in einer Demokratie ist es halt so, dass eine Regierung gewählt wird und dann gewisse Entscheidungen trifft. Und die Entscheidungen werden, wir haben über Geschichte gesprochen, auch aus historischen Erfahrungen getroffen. Und die Polen mit ihren mehrfachen Teilungen, mit dem Überfall natürlich der Deutschen, aber auch der Sowjetunion, haben gesehen, wo genießen sie Sicherheit. Und den Polen war klar, Sicherheit haben sie nur in der NATO. Dasselbe gilt in noch verstärktem Maß natürlich für die baltischen Staaten. Und interessanterweise, Schweden und Finnland haben überhaupt nicht daran gedacht, der NATO beizutreten. Das kann von Putin niemals das Ziel gewesen sein, dass Schweden und Finnland in die NATO kommt. So, das heißt, das kann nicht sein Ziel gewesen sein. Das ist trotzdem, aber warum haben sie es gemacht? Weil sie wissen, es gibt einen Artikel 5, also den gegenseitigen Beistand. Das heißt, sollte ein NATO-Land angegriffen werden, müssen die anderen helfen. Das war bis jetzt nicht notwendig, weil die Schweden und Finnen keine Angst vor dem Angriff hatten, anders als die Polen. Aber jetzt haben sie sehr wohl Angst. Und ein gutes Argument auch, weil es heißt, der Putin hat Angst vor der NATO. Da gibt es also die Exklave Kaliningrad-Königsberg, wo meines Wissens nach 12.000 russische Soldaten versammelt waren, um einen möglichen Angriff der NATO abzuwehren. Was hat er jetzt gemacht, wo er die Soldaten in der Ukraine brauchte? Er hat die 12.000 Soldaten abgezogen. Das ist theoretisch, könnte man sagen, das, wo er glaubt hat, das ist schützenswert, Kaliningrad, lässt er jetzt ungeschützt. Aber es ist ja völlig klar, dass die NATO nicht angreifen wird. Die NATO hat noch nie angegriffen. Die Amerikaner sind im Irak. Noch nie, da muss ich widersprechen. Die NATO hat auch schon einen Angriffskrieg geführt. Und zwar damals bei Jugoslawien. Das war ein Angriffskrieg. Das war kein Verteidigungskrieg. Naja. Das war ein Angriffskrieg. Und das war nicht verteidigt, sondern das muss man auch streng geschichtlich objektiv sehen. Die Verteidigung der Menschen. Die Verteidigung der Menschen. Aber es war Angriff. Man muss da streng bleiben. Ja. Aber es war Srebrenica. Ja. Und die Europäer waren, glaube ich, zu schwach. Das weiß ich. Und Joschka Fischer, Außenminister, damals hat er dafür den Fahrbreitel bekommen, hat damals gesagt, wer sagt nie wieder Auschwitz, muss auch sagen, nie wieder Srebrenica. Und die Eroberungskriege des Milosevic sind nachgewiesen. Und dafür ist er ja letztlich dann auch in Den Haag verurteilt worden. Aber zurück zur momentanen Situation. Und natürlich, und wenn man sagt, die Amerikaner ja, und das ist ja auch historisch eindeutig klar, dass der dritte Irak, also 2007, 2008, dass das natürlich damals nicht gerechtfertigt war. Völlig nicht. Weil die Begründung, dort sind Chemiewaffen, hat nicht gestimmt. Hat es nicht gestimmt, genau. Also war es ein illegaler Krieg? Natürlich. Aber der Krieg, den sie gemacht haben gegen Saddam Hussein, nachdem er Kuwait überfallen hatte, war eine andere Angelegenheit. Das heißt, man muss in jedem Fall genau unterscheiden, aber die Europäische Union greift andere Länder nicht an. Normalerweise nicht. Wer in Europa ist, ist gesichert. Und eben, wir sehen aber, die Schweden und Finnen fühlten sich nicht mehr ausreichend Menschen, beschützt durch ihre Bündnisfreiheit oder Neutralität und fühlen sich jetzt eben sicherer, wenn sie dann, wenn die Türken den Widerstand aufheben, wenn sie Mitglied der NATO sind. Und diese Verhärtung hat Putin durch seinen Krieg herbeigeführt. Genau. Das kann er nicht gewollt haben. Er kann es nicht gewollt haben, aber nach wie vor, es bestand keine Gefahr, dass Russland angegriffen wird. Und das muss man nach wie vor sehen. Egal, was die Ukraine gemacht hätte, die Gefahr, dass von der Ukraine aus Russland angegriffen wird, wäre ja absurd gewesen. 2014 konnten sie sich ja nicht einmal verteidigen. Das stimmt. Und das ist ein großer Unterschied natürlich und das hat Putin nicht verstanden. Ich war im Jänner in Kiew und habe mit vielen Menschen, also Politikern… Jetzt heuer im Jänner? Heuer im Jänner, ja. 2022 habe ich mit einem General und anderen Leuten gesprochen und alle haben mir dasselbe gesagt und gesagt, wenn er jetzt über das, was er bis jetzt schon genommen hat, also Grim und einen Teil des Donbass darüber hinaus uns angreift, dann werden wir uns verteidigen bis zum letzten Blutstopfen. Und die waren alle völlig unterschiedliche politische Parteien. Wie gesagt, ein General, Wirtschaftsleute, ganz unterschiedliche Leute, haben alle dasselbe gesagt. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich das in ein paar Tagen lerne, wird das sein Geheimdienst im Erhoff von der Jagd gesagt haben, dass das nicht 2014 ist. 2014 waren sie nicht verteidigungsfähig, jetzt sind sie es. Und deswegen hat mich dieser Überfall dann so erstaunt. Ich dachte, der muss ja verstanden haben, man hätte verstehen müssen, dass die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine deutlich gewachsen ist in der Zwischenzeit. Das haben seine Militärs auch so nicht eingeschätzt. Auch sein Geheimdienst hat sich da einfach geirrt. Ja, aber das ist die Korruption. Naja, oder sie haben es eben nicht gesagt und man traut sich dem obersten Chef etwas nicht sagen. Nicht zu widersprechen. Und dann ist das, was mir österreichische Generäle erklärt haben, ist offensichtlich, weil sie das natürlich verstehen aus ihren Kontakten, ist die Korruption offenbar ganz gewaltig. Also die Korruption von Bataillonskommandanten etc., die Geld bekommen, um ihre Panzer und sonstige Geräte zu erneuern, haben das Geld halt eingesteckt oder unter den anderen Kapos verteilt. Und deswegen merken wir jetzt, dass viele dieser militärischen Einrichtungen, Panzer etc., auch Flugzeuge, sehr bescheiden sind. Und dazu kommt, dass sie in der Produktion auch schwach sind. Sie sind auf ausländische Chips angewiesen, sind auf ausländisches Know-how angewiesen. Die können dann mehr Autos selber produzieren. Auch darin sieht man nicht, also Putin ist seit 2000 über 20 Jahre Präsident des Landes. Mit dem Ergebnis, dass sein Land nicht in der Lage ist, selber Autos herzustellen, ohne Hilfe von außen. Ein schwacher Präsident. Daran sieht man, dass er ein schwacher Präsident ist. Und schwache Leute sind dann leider oft gefährlich, wenn sie dann noch sehr klein gewachsen sind. Er haltet sich an der Macht wie ein kleiner Napoleon. Und jetzt schließe ich aber den Kreis, weil das betrifft ja jetzt uns. Wir leben in einer Situation, dass unsere Energiepreise, unsere Lebensmittelpreise, unsere Mietpreise steigen, weil wir natürlich jetzt ausgehend von der EU-Zentrale, von der Laien, wir unterstützen einen praktisch Kampf gegen Putin. Ja. Gas wird sozusagen nicht gekauft, das billig für uns wäre, unsere Situation erleichtern würde. Jetzt kaufen wir das russische Gas von den Indern als Fracking Gas. Teuer. Und die Indier kaufen das billig von Russland. Also wo ist jetzt da der Schmäh? Ja. Wir fahren in Länder. Aber das hat auch eine Geschichte. Und die Geschichte hängt damit zusammen, dass unsere OMV bereits sehr russlandlastig war. Und der damalige Generaldirektor Reuss das beenden wollte und deswegen Gasfelder in Norwegen gekauft hat. Der wurde dann mit einer üblen Intrige abgesetzt. Man hat eben dann auch eine Menge Geld dafür bezahlt, weil irgendwie klar war, das was mit dem vorgeworfen hat, Korruption hat nicht gestimmt. Also musste man ihn teuer ablösen. Und sein Nachfolger, der OMV intern haben sie ihn genannt, der Russengeneral, der Rainer Seele, der wollte dann ja eintauschen dieses norwegische Gasfeld gegen Sibirische. Und das haben aber dann die Norweger nicht zugelassen. Ich sagte dann, sie wollen ja kein Sibirisches. Das heißt, wir haben ganz bewusst unsere Abhängigkeit von Russland noch einmal erhöht. Der Seele hat sogar den russischen Präsidenten zu seiner Hochzeit eingeladen im Interview. Und dann hat er alle möglichen Ordner oder was auch immer gekriegt. Und der Herr Wolf auch. Also die haben uns ganz bewusst, also der Wolf, den habe ich eben Kurier mal genannt, den Angestellten eines russischen Oligarchen. Das hat einem auch nicht gefallen. Und er hat über gesagt, er ist für die gelenkte Demokratie. Also jemand, der reich wird in Österreich, spricht sich aus für gelenkte Demokratie. Und sich auch seine Steuern richten kann, wie er will. Weil er direkt im Finanzministerium... Du suchst, ich möchte gerne ein bisschen weniger Steuern zahlen. Nein, gar nicht. Ich möchte gar keine Steuern zahlen. Wo soll es möglich sein? In dem Land muss man sich dann auch anschauen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Da bin ich ja dankbar, dass es einen Thomas Schmid gibt. Natürlich, ja. Der gehört mit einer Statue, gewürdigt. Und ich sage es nochmal ganz provokant, Strache und Schmid, beide sollten eine Statue kriegen, vielleicht in Broda irgendwo, wo sie wirklich gewürdigt werden. Weil ich sage es ganz ehrlich, das war meine Taufe von meiner Tochter am 18. Mai. Und ich habe damals Samstag, da habe ich das Handy ausgeschalten gehabt und auf einmal kriege ich die Nachricht, Ibiza und so weiter im Broda. Das gibt es ja heute. Fake News. Fake News. Und das hat dann begonnen, in einem unglaublichen, in einer Lawine. Und wir müssen dann auf dein Buch, wir werden auch auf dein Buch zurückkommen. Das ist schlimm, was wir gedacht haben, oder? Es ist, ja, man glaubt gar nicht, was alles möglich ist. Genau. Das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du nicht ausdenken. Ich möchte jetzt auf dein Buch hinweisen. Du hast ein Buch, Heilung für die verstörte Republik. Und da hast du sozusagen eine Erstbegegnung mit Sebastian Kurz, der dir den Satz gesagt hat, am 7. Juli 2019 hat er gesagt, entweder bist du mein Feind oder bist du mein Freund. 2017 war das schon. 2017. Entschuldigung. 2017, dem ist vorausgegangen, mehrmonatige schwierige Gespräche, weil er und vor allem auch sein Atlatus Fleischmann glaubt haben, sie können sich in die Berichterstattung des Kuriers einmischen. Und ich habe gesagt, am Kurier steht nicht nur obendrauf unabhängige Tageszeitung für Österreich, sondern es steht auch in meinem Vertrag drinnen, dass ich das zu tun habe. Und ich werde sicher nicht gegen meinen Vertrag verstoßen. Und er hat dauernd glaubt, er kann Geschichten beeinflussen, verändern, Fotos beeinflussen. Hat auch selber angerufen in der Redaktion. Dauernd, ja. In der Redaktion angerufen. Das Kurier, oder? Dass der Kanzler anruft. Dauernd, aber dauernd. Also Zeitlang gab es das, wo er mich jeden Tag angerufen hat. So, und vielleicht hat er es auch aufgezeichnet, die Gespräche, das weiß ich nicht. Das hat er auch gemacht, mit einem Schmid selber. Echt gute Freunde. Aber ich bin mir nicht dafür. Nichts, was ich gesagt habe, würde mich genieren. Das war halt so. Aber jedenfalls, ich habe ihm sehr klar gesagt, dass er sich nicht einmischen kann bei uns. Und dadurch hat er sich dann immer beim Aufsichtsratsvorsitzenden. Haben sich jeder beschwert, dass das so schwierig ist mit mir, weil ich mache nicht das, was er will. Du bist so bockig. Du bist ein bockiger. Ich bin ein Bauernpupp aus Niederösterreich. Ja, das ist ein bockiger Bauernpupp aus Niederösterreich. Und jedenfalls habe ich dann, hat er mir dort gesagt, und das hat mich dort schon erstaunt. Du bist mein Freund oder mein Feind. Und man dachte, so redet man eigentlich nicht miteinander. Und ich habe ihn unterschätzt. Später, man dachte, ich hätte das am nächsten Tag schreiben sollen. Und dann hätte das vielleicht alles ein bisschen andere Wirkung gehabt. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte, der Blader pur. Also der hat es halt probiert. Und ich habe ihm erklärt, es geht nicht. Und damit ist die Sache beendet. Ich habe seine Brutalität unterschätzt. Und er hat dann weiter und weiter agitiert. Er hat mich dann im November, also nachdem er die Wahl gewonnen hatte 2017, noch einmal ins Schwarze Kamel eingeladen. Und dort hat er mich gefragt, ob ich nicht, was ich im ORF werden möchte. Also er wollte mich unbedingt aus dem Kurier weg haben. Du warst ihm lästig? Ich war ihm lästig. Zuerst auf die nette Art und habe gesagt, nein, ich will nichts im ORF werden. Ich war schon mal 15 Jahre im ORF. Das reicht. Ich bin schon was im ORF gewesen. War ich schon. Und dann hat er ihm alles dafür getan, damit ich dort abgelöst werde. Was dann für mich gar nicht so nachteilig war, weil ich ja dann Herausgeber war. Was eine angenehme Zeit war. Da arbeitet man weniger als Chefredakteur und kann mehr lesen und schreiben. Was ja auch in Ordnung ist. Sich mehr den kreativen Dingen widmen. Eben. Und dann ist ja Ibiza passiert. Und dann habe ich das Buch Kurz und Kickl geschrieben. Das habe ich gelesen. Danke. Und dann kommt das Angebot zu kandidieren. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Jetzt habe ich ja das Journalistenleben erlebt. Ich wollte als junge Mensch Politiker werden. Und jetzt kann ich das noch ausprobieren. Und dazu ein wichtiger Satz, den ich auch vor allem jeden Journalisten sagen kann. Es ist schwieriger, Politiker zu sein als Journalist. Es ist deutlich schwieriger. Schwieriger? Es ist deutlich schwieriger, weil man Entscheidungen treffen muss und zu diesen stehen muss. Und als Journalist braucht man diese nur zu berichten und zu kommentieren. Objektiv, wenn es geht? Wenn es geht. Im Idealfall objektiv. Aber es ist ein wesentlicher Unterschied. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, es ist schwieriger. Und das soll sich jeder genau überlegen. Aber es ist auch eine sehr interessante Erfahrung. Und ich bin dem Sebastian Kurz sehr dankbar, dass ich das noch machen darf. Ihr habt ein sehr ambivalentes Verhältnis gehabt. Da möchte ich etwas vorlesen aus diesem Buch. Wir dürfen natürlich nicht zu viel verraten, damit die Leser das Buch kaufen. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt, an dem er, Klammer Thomas Schmidt, Ihnen sagte, es geht um das Verhältnis von dir und dem Sebastian Kurz. Ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben. Haben Sie mit ihm nie darüber gesprochen, dass er es werden könnte? Kurz. Nein. Es war allgemein bekannt, dass er sich interessiert. Genau. Und es war sicherlich so, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre. Zuvor hatte Kurz erklärt, Schmidt habe ihn irgendwann informiert. Dass unzählige Chat-Protokolle gibt, wo es Kurz und Schmidt über Details der Bewertung und Tätigkeit bei der ÖBAG austauschten, sah die WKStA den Anfangsverdacht gegeben. Da sich der damalige Bundeskanzler aber nicht den ermittelnden Staatsanwälten zur Befragung stellen wollte, durfte er einem Richter aussagen. Laut Protokoll hat Kurz dem Richter Folgendes erklärt. Wenn ich auf Brandstätter mit Na ablehnend reagiere, tut man so, als wäre es eine inhaltliche Antwort. Wenn ich von Brandstätter was höre, nehme ich immer eine ablehnende Haltung ein. Allein diese Aussage ist eine Antwort auf die Frage, wer eine persönliche und zugleich abwertende Note in die Politik brachte. Eben. Und eigentlich tut es mir leid für ihn, dass er nicht mir unfrengenommen gegenüberstehen kann. Aber für mich war es natürlich interessant, ihm im IWZ-Ausschuss diese Fragen zu stellen. Und meine Frage war sehr einfach. Haben Sie nicht mit Schmidt darüber geredet, dass er das werden will. Er hat Nein gesagt. Er hat wirklich Nein gesagt und hat sich nicht entschlagen. Er hat sich nicht entschlagen, weil er sehr unvorsichtig war. Und es war auch nicht so, wie er nachher ausgesagt hat, nämlich, dass das so eine wilde Stimmung war. Das war ganz ein ruhiges Gespräch. Aber letztlich hat er den Straftatbestand meiner Ansicht nach jedenfalls der falschen Beweisaussage, eben nicht vor Gericht eben, sondern vor dem Untersuchungsausschuss. Ist mir auch zur Wahrheit verpflichtet. Ist genauso strafbewehrt. Und hat er sich dessen schuldig gemacht. Ob das dann wirklich so ist, ob er den Vorsatz hatte, dass wir die Staatsanwaltschaft vor dem Gericht nachweisen müssen und hat das Gericht zu entscheiden. Da halte ich mich völlig raus. Wie auch immer die Entscheidung ausgeht, nehme ich sie zur Kenntnis. Ganz normal. Aber er hat aus meiner Ansicht nach ganz sicher die Unwahrheit gesagt. Ob er bewusst die Unwahrheit gesagt hat, mit Vorsatz, das sollen die Richterinnen und Richter entscheiden, ist nicht meine Angelegenheit. Aber für mich war es erstaunlich, dass er das so falsch gesagt hat, weil er wusste zu dem Zeitpunkt offenbar nicht, dass es Chats gibt, wo sich die permanent darüber unterhalten haben. Das konnte er nicht wissen. Und da gab es das berühmte, kriegst du ja alles, was du willst. Du bist Familie, nicht? Ich liebe dich, mein Kanzler. Ich liebe meinen Kanzler. Unfassbar. Unfassbar. Da sollen wir uns jetzt Gedanken machen über eine Korruption in der Ukraine. Wir werden jetzt nächstes Jahr 19 Milliarden aus der EU dorthin überweisen. Das wird sich irgendwo verteilen. Wir können es uns leisten, das ist kein Problem. Wir sollten uns eigentlich eher Gedanken machen, wie schaut es denn bei uns aus? Jetzt im Innenministerium. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das Heilung heißt. Mein Buch ist nicht böser Rückblick, Sauerei, Korruption, sondern Heilung. Was machen wir? Dass sowas nicht mehr passiert. Passiert ist es. Nicht das erste Mal. Es gab andere Korruptionsfälle, wie wir wissen. Andere Korruptionsfälle. Der Unterschied ist für mich der, dass diese Truppe rund um Kurz, also andere sind im Lauf des Regierens korrupt geworden. Da gab es Beispiele, gab es Rücktritte, gab es Verurteilungen, alles. In dem Fall ist der Unterschied, die sind angetreten und das glaube ich, weiß man inzwischen mit dem Vorsatz, Unanständiges, möglicherweise auch strafrechtlich Relevantes zu tun und haben es dann auch umgesetzt, sehr ungeniert. Und das ist eine kleine Gruppe, eine Partie innerhalb der Partei. Und das ist für mich eigentlich die neue Geschichte und deswegen braucht es auf jeden Fall Heilung. Wir müssen uns von dem, und ich kann die ÖVP auch nur auffordern, sich von dem zu distanzieren, haben sie bis jetzt nicht gemacht, um zu schauen, wie es besser wird. Jetzt haben sie nicht denjenigen ausgeschlossen, der das alles veranlasst hat und dann auch noch Gespräche aufgezeichnet hat, sondern denjenigen, der vor der Staatsanwaltschaft versucht, wahrheitsgemäß auszusagen. Das sagt auch etwas über die ÖVP. Es ist immer noch ein 37 Prozent zur Zeit Anteil, der ja in der Bevölkerung ja bei weitem nicht mehr ist. Bei weitem nicht mehr repräsentiert wird. Und das ist natürlich deswegen dann der Grund, warum sie auch nicht Neuwahlen wollen, weil sie natürlich so stark, wie sie jetzt sind bei der nächsten Wahl, wann auch immer die stattfindet, morgen oder in zwei Jahren nicht mehr so stark sein werden. Jetzt ist es ja auch offensichtlich, allein im Innenministerium wurden 80 Beamte, die leitende Funktionen hatten, ausgewechselt, die mussten alle abgefertigt werden durch neue Beamte. Im Bundeskanzleramt sind siebzig, das kostet dem Steuerzahler alleine eine Million Euro. Nur der Umstand, dass die umgefärbt werden müssen. Wo ist jetzt da, ist das nicht auch System Korruption? Also wie gesagt, da muss man dann immer unterscheiden, politische Beurteilung und strafrechtliche. Und da bin ich schon sehr genau, nicht nur als Jurist, sondern auch als Staatsbürger, dass ich sage, das ist einer der Punkte, wo ich wirklich von diesem Land, von diesem Österreich überzeugt bin. Ich glaube, dass die Justiz anständig arbeitet. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt und wirklich ganz unmissverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Richterin oder einen Richter in diesem Land mit einem Kuvert dazu überzeugen kann, eine offensichtlich falsche Entscheidung zu treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas bei uns gibt. Gott sei Dank. Und deswegen muss auch diese Justiz in dieser Form bewahrt und beschützt werden. Und es war einer der Skandale auch dieser Kurzzeit, diese massive Attacke gegen die Justiz, weil das einfach nicht sein darf, dass dann die Menschen auch sagen, naja, wer weiß, ob dort alles stimmt. Also wir wissen, in der Verwaltung stimmt vieles nicht, haben wir zuerst besprochen, die Eingriffe von Thomas Schmid in Steuerfragen. Das ist möglich. Gibt es aber auch… Dass das möglich ist, ist für mich, ist schlimm genug, aber da gibt es auch… Erschütternd. Ja, da gibt es auch hierarchische Strukturen. Erzähl zu einem kleinen Arbeiter, der seine Steuern nicht rechtzeitig zahlt. Ja, oder am Unternehmer. Der wird filetiert, am Unternehmer genauso. Das soll nicht sein. Trotzdem gibt es hierarchische Strukturen. Aber Richterinnen und Richter sind unabsetzbar, unversetzbar und das ist ein ganz wesentlicher Teil unseres demokratischen, rechtsstaatlichen Systems. Und daran glaube ich, ja, und ich bin überzeugt davon, wie gesagt, wir haben keine korrupten Richter. Wir haben auch keine korrupten Staatsanwälte. Also lasst sie bitte in Ruhe arbeiten. Ich möchte jetzt kurz noch einen Teil aus dem Buch, das ist das letzte Zitat. Die Regierungszeit Kurz kann im Idealfall eine Zäsur darstellen. Schluss mit den persönlichen Abhängigkeiten, Schluss mit den kleinen und großen Korruption, mit der Zerstörung von Institutionen, mit dem Missbrauch von Medien durch Inseratenkorruption, Missstände gab es schon zuvor, aber kurz hat das System so zugespitzt, dass niemand mehr wegschauen kann und so viel zerstört, dass wir einen grundlegenden Wiederaufbau unserer demokratischen Institutionen brauchen. Ja. Und um das geht es auch. Ich glaube, dass wir das sehr wohl… Hinschauen. Hinschauen. Dass man hinschaut und ganz genau… Aber ich habe schon vor zehn Jahren hingeschaut und habe Inseratenkorruption entdeckt, ja, damals Bundeskanzler Feynman. Ich habe heftige Diskussionen mit ihm und anderen geführt, habe darüber geschrieben, bin geklagt worden, alles Mögliche, da muss man halt dann durch. Aber, dass früher schon Regierungen, nicht nur im Bund, auch in Ländern versucht haben, Medien durch Inseratenzahlungen zu beeinflussen, ist Faktum. Und da gibt es ein ganz einfaches Rezept dagegen, in dem einfach nicht mehr Ministerinnen oder Landeshauptleute zuständig sind, welche Inserate vergeben werden, sondern anonyme Stellen, die künstliche Intelligenz, kann man sehr einfach herausfinden… Ja, da schließt sich der Kreis. Es ist ganz einfach. Wenn ich Soldatinnen suche, Soldaten, wenn ich Polizistinnen suche, dann gebe ich ein, was ich brauche und dann wird mir das System, wird mir zeigen, welche Medien ideal sind auf der Suche, zum Beispiel nach Polizisten und Polizistinnen. Und dort inseriert dann diese Stelle anonym. Das heißt, wenn ein Herausgeber, der was auch immer glaubt, einen Minister unter Druck setzen zu können, nach dem Motto, ich kriege ein Geld von dir und dann schreibe ich gut, dann ist die Antwort des Ministers, es tut mir leid, ich kann das nicht beeinflussen. Das macht diese Stelle im Rechnungshof, wie mein Vorschlag ist. Und von dort gehen die Inserate hinaus und ich kann die Stelle gar nicht beeinflussen. Es tut mir leid, wir können jetzt miteinander reden, alles Mögliche. Aber von mir gibt es kein Geld, weil ich kann es haben. Ich kann es nicht machen. So könnte sich jeder Minister, jede Ministerin heute schon und auch künftig schützen in diesem Land. Und ich wundere mich nur, dass sie es nicht tun. Dass sie in diese Situation kommen, um dieses Budget zu haben. Ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich Geld habe, dass mir jemand möglicherweise durch mehr oder weniger gute Argumente herausleihen kann. Will ich gar nicht. Sondern da sage ich ja, ich habe meinen Job und ich habe das und das und das und das und das entscheide ich. Und Journalistinnen und Journalisten, ihr entscheidet es dann. Ihr schreibt darüber, ob das gut ist oder nicht. Aber ich kann euch gar nicht beeinflussen, außer durch gute Worte. Wenn ich mir den Weg anschaue, wo der Schmidt noch im Finanzministerium gesessen ist, damals im selben Zimmer wie unser jetziger Außenminister. Und wenn ich mir denke, was die Jubelbotschaften in diesen Messages. Er hat jetzt ein höheres Budget. Ich habe ihm das Budget um 60 Prozent erhöht. Muss er mir dankbar sein. Jetzt kann er Geld scheißen. Genau. Wow. 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 Da muss ich sagen, wow. Unser Steuergeld nehmen wir. Er scheißt unser Steuergeld. Wollen wir nicht. Wir wollen, dass das ordentlich verteilt wird. Muss ich echt sagen, wow. Oder, dass wir weniger Steuern zahlen. Das wäre eigentlich eine Alternative. Das wäre eigentlich ein schöner Chat gewesen. Wir haben eine Reform. Die Bürger müssen weniger Steuern zahlen. Das wäre etwas gewesen. Aber das war nicht das Ziel der Kurzparti. Wir sind nicht auf dieser Welt, um Steuern zu zahlen. Wir sind auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Dalai Lama. Er hat recht. In dem Buch, dem neuen Buch von Kai Verlutz, 2041 Künstliche Intelligenz, ist ein Kapitel mit Glück. Glücklich sein und gibt es Möglichkeiten auch durch Künstliche Intelligenz das zu beeinflussen oder nicht. Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Aber auch deswegen ist das Buch lesenswert. Ich weiß. Also nicht nur meins. Ich habe es gelesen. Ich würde ihm andere Bücher vorstellen, aber das ist interessant. Das nennt man hohe Sensibilität und Wertschätzung. Genau. Wenn man auch andere Buchautoren ein Forum gibt. Es gibt viele. Bei jeder Rede stelle ich ein Buch vor. Morgen, wenn es um einen Iran geht, von einer deutschen Korrespondentin über die Frauen im Iran. Weil die sind natürlich im Moment betroffen, wenn man sich das anschaut. Die demonstrieren unter Risiko ihres Lebens. Das müssen wir uns immer überlegen. Wir haben auf relativ friedlichen Straßen, wenn wir etwas sagen wollen. Ja. Und wir verneigen uns vor irgend einem Wurschtl. Und die gehen auf die Straße und wissen, dass sie möglicherweise nicht nach Hause kommen. Mir kommen die Tränen. Das muss man sich überlegen. Das gab es hier in Österreich auch einmal. Wir hatten bekanntlich einen Bürgerkrieg, wo auch Menschen getötet wurden. Sozialdemokraten getötet wurden. Ja. Weil sie Juden waren, homosexuell waren, Roma, Sinti waren, was auch immer. Ja. Kommunisten waren. Das haben wir alles erlebt. Und noch einmal, deswegen bin ich so begeistert von diesem Europa, weil in dieser EU ist das nicht mehr möglich. Und im Iran ist es möglich. Und ich bewundere diese Frau. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich sie bewundere. Und kann nur dringend hoffen, dass es aber auch einen Effekt haben wird. Und dass dieses verbrecherische Mullah-Regime auch scheitern wird. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur hier, das mache ich am Samstag bei einer Kundgebung und wo auch immer ich eingeladen werde, möglichst oft und viel darauf aufmerksam machen, was dort gerade los ist. Und dass wir jede Form von Unterstützung, soweit wir das können, natürlich machen sollten. Jetzt habe ich noch Publikumsfragen und dann sind wir schon durch. Ja. Und zwar, die erste Frage von einer Zuseherin. Welche Ziele verfolgen die NEOS in einer eventuellen nächsten Regierung? Also, das werde nicht ich entscheiden. Ja, ich bin kein NEOS-Funktionär. Aber aus den Gesprächen, die ich natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen führe, wird ein ganz wesentlicher Punkt Bildung sein. Also, wir sind in einem Land und einem reichen Land, wo wir aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass knapp ein Viertel der 15-Jährigen die Schule verlässt, ohne dass sie wirklich sehr gut lesen und schreiben können. Das ist ein täglicher Skandal. Damit, das ist das eine Thema Bildung, das ist natürlich Hochschulbildung, das ist Wissenschaft und Forschung, stärkere Ausstattung dieser Institutionen. Aber auch ein Klima, ein bildungsfreundliches Klima zu schaffen, dass es wirklich nicht darauf ankommt, wer deine Eltern sind, sondern dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Und die Kinder, ja, sind sehr unterschiedlich, weiß ich von meinen drei Kindern, alle drei. Und jeder, der Kinder hat, weiß, auch die Kinder von den zehn Jahren haben unterschiedliche Talente, lernen unterschiedlich. Das heißt, man muss mehr individuell auf sie eingehen. Es wird auch Lehrerausbildung, also dieser ganze Komplex Bildung halte ich ganz für wesentlich. Und ich weiß, dass das die NEOS, und das war einer der Gründe, warum Matthias Strolz NEOS gegründet hat mit vielen anderen gemeinsam, war das Thema Bildung. Und ein zweites zieht sich auch durch, also durch die Geschichte der NEOS ist natürlich Transparenz. Also mit dem Satz, es geht nicht darum, wen du kennst, sondern was du kannst. Aber auch, wie werden öffentliche Gelder verteilt, ja, und dort hineinschauen. Informationsfreiheitsgesetz. Jede Bürgerin, Bürger, Journalisten sowieso können fragen, wenn sie Fragen haben. Informationsfreiheit. Und das dritte halte ich auch für einen wesentlichen Punkt, ist sicher weniger Steuern. Das heißt, egal ob das jetzt die Unternehmer sind oder ob das Angestellte sind, sie müssen von der Arbeit einfach mehr bekommen. Was heißt das? Das heißt in der Umgekehrt, dass man genau schauen muss, wo wird eigentlich Geld sinnlos verteilt? Diesen Förderstrukturen zwischen Bund und Land kennen wir ja. Da kann man sicherlich sehr viel ändern. Also das sind ein paar Punkte, die ich nenne, wo ich ganz sicher überzeugt davon bin, dass NEOS sehr hart daran arbeiten würden, dass es da Veränderungen gibt. Und ein Thema, das der Gerald Loacker, wie ich glaube mit Grunde man anspricht, ist natürlich auch ein Pensionssystem, das zukunftssicher ist. Und das heißt nicht, das muss ich auch immer dazu sagen, das heißt ja nicht, dass man jemanden etwas wegnehmen will. Aber die Idee, dass wenn wir jedes Jahr älter werden, also im Schnitt jedenfalls, auch etwas länger arbeiten können, etwas länger einzahlen, damit für die Jungen auch einmal etwas überbleibt. Also sehr wohl die jungen Menschen im Blickpunkt, diese Idee halte ich schon für richtig auch. Wo siehst du dich 2025? Also 2025, schauen wir mal. Da wird er wohl sein, 2024 wird er wohl sein. In meinem Alter gibt es kein Holz hier, klopft man auf Holz, auf die Birne und hofft gesund zu sein. Aber jedenfalls werde ich auch, wenn ich gesund bin, 2025 etwas arbeiten und vielleicht ein Buch schreiben, hoffentlich Reisen machen. Schauen wir mal. Wie bereitest du dich auf einen Blackout vor? Na ja, also da muss ich zugeben, nicht wahnsinnig. Also ich habe natürlich zuhause eine Taschenlampe. Wow, das war das. Und zwar ein Powerpack fürs Handy, aber das Wichtigste ist ja bekanntlich das Handy. Und ein bisschen, das haben wir eigentlich erst in der Covid, beim Lockdown, haben wir ein bisschen Lebensmittel auch in den Weinkeller gelegt. Wein ist auch vorhanden. Wein ist auch eine schlechte Basis zum Überwintern. Aber es ist nicht so, dass ich mir auch allzu große Sorgen machen würde. Ich glaube schon, dass unsere Systeme da sehr gut funktionieren. Okay. Mit wem im Parlament, nicht von deiner Fraktion, würdest du eine schwere Bergtour gehen? Die Frage von schweren Bergtour. Wo man Wochen so in den Bergen schläft und miteinander auch abseilt. Ich mag den wirklich gern, den Philipp Kucher, der ist der Gesundheitssprecher der SPÖ. Habe ich auch schon in Kärnten getroffen. Das ist einfach ein lustiger Kampel, mit dem kann man... Der ist ein bunter Vogel in dem Parlament, spricht Kärntnerisch. Ich finde, dass er gut redet und vor allem ist er persönlich ein wirklich sympathischer Typ. Stimmt. Man kann mir das sehr gut vorstellen. Okay. Dann habe ich noch... Was bedeutet Freiheit für dich? Na ja, Freiheit ist wirklich Gestaltung. Freiheit ist, dass ich darüber entscheiden kann, was ich mit meinem Leben mache. Das ist, wie gesagt, für einen älteren Menschen leichter, weil natürlich der Blick nach vorne kürzer ist. Aber für junge Menschen, die denke ich immer, ist Freiheit, dass sie entscheiden können, wollen sie da noch etwas dazulernen oder wollen sie arbeiten? Wollen sie in Österreich arbeiten? Wollen sie in einem anderen Land arbeiten? Wollen sie möglicherweise ein Unternehmen gründen und bekommen sie Unterstützung dafür? Aber auch die innere Freiheit, dass ich auch in schwierigeren Umständen leben kann. Und dass ich relativ wenig von Gütern abhängig bin und mehr von meinem inneren Zustand, vielleicht von Freunden abhängig bin. Aber eben nicht davon, dass ich eine neue Uhr oder ein neues Auto brauche, sondern dass ich ein Leben führen will, wo ich jeden Tag mir am Abend denke, ich habe etwas dazugelernt, es geht mir gut und ich habe neue Ziele und ich kann sie verwirklichen. Das ist, glaube ich, was Freiheit ausmacht. Letzte Frage von einer Zuseherin. Warum brauchen wir ein goldenes Klavier im neuen Parlament? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen hochgespielt worden, auch im Prinzip bin ich immer für Kunst und Kultur. Ich glaube auch, dass es schön ist, wenn ein Klavier im Parlament steht. Mir hat eigentlich am meisten gestört die Lösung, dass man sagt, man zahlt da monatlich eine Miete. Der ehrlichere Zugang wäre gewesen, das kostet, ich glaube, 180.000 Euro. Das leistet sich das Parlament, da muss man allerdings dann dazustehen. Und möglicherweise hat man gesagt, nur 3.000 im Monat, das verkaufen wir eher als die 180.000. Ich glaube, ein Kunst... Ein PR-Gag praktisch. Ja, aber ein Kunstprodukt, ein schönes Klavier ins Parlament zu stellen, halte ich im Prinzip nicht für falsch. Das ist dann auch Werbung, möglicherweise, wenn ausländische Gäste, auch Staatsgäste kommen, kann man sagen, schaut, was wir da in Österreich hergestellt haben. Also von der Idee fand ich es ja nicht so schlecht. Ich glaube, die Umsetzung war falsch und sie war nicht ganz ehrlich. Und ich glaube, das zieht sich leider ein bisschen durch, durch diese ÖVP-Politik, dass man immer ein bisschen einen Schleier drüber legen will und nicht zu den Dingen steht, die man macht. Und vielleicht ist das eigentlich das größte Problem. Ich danke dir für dieses authentische Interview. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, jetzt gehe ich wieder ins Plenum. Das ist geil. Das ist ein Tag, oder? So wie es gehört. So wie es gehört. Ich danke unseren Zusehern und Zuhörern für die Geduld. Es war ein spannendes Interview. Danke Dr. Helmut Brandstetter von den NEOS. Es war ein sehr lehrreiches Gespräch. Und ich danke euch. Passt auf auf euch. Seid vorsichtig und lasst euch nichts freuen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Skैnawestern und glaube ich wieder in der Aussage. Das ist ein sehr lehrer. ochicher. Ich finde auch ein bisschen korrekt. Herr Robert philanthropist, Das ist die Idee wirklich.